Zur Feier des Tages zeige ich euch jetzt einige Scratch-Projekte, die ich gemacht habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Und zum Schluss noch die sprechende Kiste. Ja, neben dem Videodrehen gehört eben auch Scratch zu einem der Hobbys, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Ja, neben dem Videodrehen. Ja, neben dem Videodrehen. Ja, neben dem Videodrehen.